Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Freitag, dem 3. Januar 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 758. Und ja, die erste Woche im Jahr 2020 ist schon zu Ende. Gut, wir haben auch erst in der Mitte begonnen, aber alles Details. Ich gehe heute mit den folgenden Themen an den Start. Pixel Launcher, Hi-Car, TikTok 11,3%, Dell XPS 13 und Universal Music. Pixel Smartphones, ihr kennt die sicherlich, das sind die Google-eigenen, die man hier in der Schweiz zum Beispiel nicht wirklich kaufen kann. Und ja, dafür in Deutschland und Österreich. Die haben ja den Vorteil, dass das nackte Android drauf ist und somit auch die Updates immer sehr schnell kommen. Aktuelle Pixel-Nutzer hoffen ganz stark, dass nächstens ein Update kommt, denn aktuell gibt es einen unschönen Bug, den man auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Im Launcher vom Pixel selber ist so ein Bug drin, dass gewisse Apps einfach plötzlich verschwinden und nicht mehr auftauchen. Neustart hilft da meistens, wer davon betroffen ist, sollte halt das Gerät regelmässig mal neu starten, wenn die App nicht mehr da ist. Es scheint ganz so, dass es zumindest teilweise damit zusammenhängt, dass die zuletzt genutzten Apps, die ja teilweise dann so hervorgehoben werden oder euch näher angezeigt werden, da irgendwie irgendwo im Zwischenspeicher verschwinden. Unschön, unschön, aber ja, alles was man mit dem Update beheben kann. Huawei hat ja im letzten Jahr kein einfaches Jahr gehabt und wird wahrscheinlich auch in diesem Jahr nicht wirklich ein einfaches Jahr vor sich haben. Mit den Staaten und den blöden Kampfstärke messen etc. muss einfach nicht sein. Aber ja, deshalb, jammern hilft nichts, man muss dann halt auch reagieren. Das tun sie auch mit einem alternativen Betriebssystem, wo sie daran arbeiten, alternativen Diensten, eigene Maps, Geschichten etc. Zugänge, wo dann eben auch die Möglichkeit besteht. Auch in der News-Folge vom Geek Talk vor zwei Wochen, glaube ich, haben der Achim und ich mal darüber gesprochen, dass sie aktuell in Indien ganz stark am Rekrutieren sind, damit die Entwickler da ihre Apps auch für den Huawei App Store anbieten. Und neu in diesem Jahr kommt auch auf den Markt, im letzten Jahr vorgestellt und jetzt endlich auf den Markt, das HiCar, also die Lösung fürs Auto. Logischerweise können sie weder auf Apples CarPlay setzen noch auf Googles Android Auto, aus gleichem Grund wie bei Android logischerweise. Und somit bieten sie einfach da eine eigene Geschichte an. Das Coole für Huawei ist natürlich, da man ein Staatsbetrieb ist und sehr gute Verknüpfungen da auch hat und mittlerweile auch doch das eine oder andere Auto aus China kommt, dass man da sehr nahe Verbindungen hat und vielleicht da auch viel tiefer reinkommt, als dass ein Apple oder ein Google es können, so wie sie es natürlich auch gerne wollten. Da dürfen wir echt gespannt sein, wann das kommt, vor allem, ob es auch bei uns kommen wird und wie das Ganze dann funktionieren wird. Transparenzberichte, das sind solche, ja, wie sagt man, ja, einfach ein White Paper, wo Firmen wie Facebook, wie Apple, wie Google alle möglichen Daten ausgeben, wie viele Male, dass sie von Behörden, von Ländern angefragt wurden, Daten rauszugeben, Informationen rauszugeben, etc. TikTok hat jetzt das erste Mal so einen Transparenzbericht hervorgebracht und da ist zum Beispiel rausgekommen, dass aus Deutschland insgesamt, wo habe ich jetzt die Zahl wieder, die Zahlen hüpfen, drei Fälle, nee, insgesamt zwölf Fälle, zwölf Mal hat sich Behörden aus Deutschland an das Unternehmen gewandt, dreimal waren es anscheinend Notfälle und es kam auch zu einem Löschvorgang oder Löschauftrag in diese Richtung. Andere Länder haben da schon ein bisschen mehr eingeworfen und interessanterweise ist, und das hat man jetzt, haltet man jetzt TikTok auch wieder vor, dass China nicht erwähnt wird, weil man weiss ja, dass da Dinge betrieben werden, die nicht ganz so sauber sind mit, was war, Hongkong und all den möglichen Geschichten, die wir auch schon hier im Daily drin hatten, aber auch im News Podcast von TikTok. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass TikTok in China nicht unter TikTok läuft, sondern über eine Tochterfirma ByteDance. Mehr dazu nachlesen, in den Show Notes ist der Link drin. In App-Stores wird fleissig Geld ausgegeben und am meisten Geld ausgegeben wird, wie immer, an Weihnachten. Das war auch im letzten Jahr nicht anders. Der App-Store konnte wieder zulegen und zwar bei Google und bei Apple. Wie viel, dass ich das in Zahlen ausdrücken kann, das könnt ihr nachlesen. Es sind aber doch beachtliche 8 respektive 11,3% bei der Apple-Umgebung und eben 8% im Google-Bereich, also im Google-Play Store. Schöne Zahlen, wenn man dann da auf der Seite sitzt, wo das Geld fließt, logischerweise. Dell hat ein neues XPS 13, und zwar das 2020er Modell, vorgestellt. Bewährte Technik, bewährte Materialien und viel, ein noch randloseres Display-Design. Das Teil schaut schon unglaublich schick aus. Ich glaube, ich muss wieder mal so ein Teil testen, weil, ja, schick, schick das Ding. Gratulation, Dell. Von TikTok, wir hatten es vorher von den Chinesen, geht es jetzt wieder zurück zu den Chinesen. Die haben nämlich den Franzosen was abgekauft. Genauer gesagt, dem Konzert Vivendi. Vivendi? Vivendi ist das französische Unternehmen, das hinter Universal Music steht. Die haben ja schon im letzten Jahr bekannt gegeben, sie möchten bis zu 50% von Universal Music verkaufen. Und das haben sie jetzt auch getan. Zumindest zu 10% wird es an Tencent und ein paar andere Firmen verkauft, also in Richtung China. Wer die anderen Beteiligten sind, weiss man noch nicht. Jetzt geht es natürlich vor das Kartellzeugs und da wird dann bestimmen, ob sie das dürfen. Respektive, wir werden dann auch herausfinden, welche anderen Firmen da noch dahinter sitzen. Spannend, spannend. Ja, China muss natürlich ihr Geld auch unter die Leute bringen. Zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. In der GT0120 im ersten Geek Talk News Folge vom grossen Format von unserem Mutterpodcast haben der Achim und ich einen kleinen Aus- und Rückblick gemacht. Rückblick logischerweise Richtung 2019, Ausblick Richtung 2020. Alles, ja, den könnt ihr euch sicherlich denken. Darin haben wir unter anderem auch ein paar Zahlen zu den einzelnen Podcast-Formaten, aber auch natürlich zu der Daily hier gesprochen. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Link dazu ist in den Shownotes auf daily.geektalk.ch verlinkt oder im Podcatcher eures Vertrauens. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Geniesst das letzte Wochenende für all diejenigen, die noch Ferien hatten, Brücke hatten. Geniesst es noch mehr. Und für all diejenigen, die arbeiten dürfen am Wochenende, happy working, würde ich doch sagen. Ich gehöre übrigens auch dazu. Und ja, nächste Woche werde ich euch nochmals begleiten, denn der Achim ist an der CES in den USA unterwegs und somit kommt er wahrscheinlich nicht so gut zum Podcast. Und deshalb übernehme ich die Woche für ihn. In diesem Sinne, bis zum Montag, wenn ihr mögt. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.